Willkommen. Sie hat meines Erachtens mit der Rechtsstrafe verdient für die Gräuel, die auf ihren Befehlen an den Opfern begangen wurden. Aber auch die Untergebenen sind jetzt Opfer. Ich bin ein solches Opfer. Meine Lebensnorm, die man mich früh schon lehrte, war das Wollen und Streben zur Verwirklichung ethischer Werte. Von einem bestimmten Augenblick an wurde ich jedoch von Staats wegen daran gehindert, nach dieser Forderung zu leben. Aus der Einheit der Ethik musste ich in eine der Vielheiten der Moral umsteigen. Gernäß, klar.